Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zur Letz-Blo-Rei, Pokémon Soul Silver, die Random Last Lock variiert. So, ähm, Pokémon sind trainiert, äh, Pokémon sind 55, bis auf Hornissen, den hab ich erstmal so gelassen. Und wir schauen uns die neuen Werte an, unserer Pokémon, beziehungsweise die ersten Werte. Wir haben uns die Werte ja noch nicht angeguckt. Und beginnen wir mit Enrex, der ein Pflanze-Gift-Typ ist. Er ist scheu und stolz auf seine Stärke. Er hat einen schlechten Angriff, eine, ja gut, einen schlechteren Angriff, eine schlechte Verteidigung, einen guten Spezialangriff, eine schlechte Spezialverteidigung und eine sehr hohe Initiative, dadurch, dass ihr ja einen Plus bekommt. So, wir sind hier ziemlich neutral gehalten zwischen Angriff und Spezialangriff. Wir haben tatsächlich Blättersturm und Laubklinge gelernt, äh, das heißt, wir können uns da entscheiden, wie wir wollen, was wir machen. Ähm, ja, der Rest ist eigentlich alles spezial, wie Säure, falls wir wirklich mal auf einen Pflanzen-Pokémon treffen, dann besprühen wir ihn ein bisschen mit Säure. Äh, Stachelspur habe ich behalten, er konnte natürlich auch Schlafpulver und Giftpuder, aber Stachelspur finde ich tatsächlich besser als die anderen Varianten und deswegen habe ich es behalten. So, sollte unser Pokémon irgendwie eine Attacke haben, ist er tot. So viel dazu. So, gehen wir weiter zu No Leaf. Du wirst uns verlassen, auch wenn dein Name was anderes sagt. Okay, die Fähigkeit, die Fähigkeit von ihr ist, äh, Chlorophyll. Da haben wir No Leaf mit, äh, Fußangel erhöht Fluchtwert, wenn das Pokémon fair wird, ist Windhose, Ruheort, Flügelschlag und Ruckzuckhieb. Und das mit diesen beschissenen Werten, die er hat. 89, 91, 93, 88. Ihr, ihr seht, glaube ich, meine Verzweiflung in den Augen. Und da haben wir natürlich auch Purkiller, der ein bisschen besser ist, aber holy shit ist der schnell. Ein Angriff von 104, das heißt, wir haben nur Angriffsattacken, äh, wobei Spezialangriff jetzt auch nicht so schlimm gewesen hat, 93. 90, Verteidigung von 74, Spezialverteidigung von 75 und das auch noch schön, äh, niedriger. Aber ein gutes Angriff, wenn ich suche es. Äh, Flexibilität verhindert, äh, Paralyse. Und, äh, ich hab B gedrückt. Er ist natürlich frech, ist oft den Gedanken und, äh, ja, der ist normal Flug und der ist normal, also das ist nichts Neues für euch. Gewissheit, Finte, Mogelheap und Schlitzer. Ach, da endet's auch schon. Wenn wir uns so die Werte zum Beispiel von Regi angucken. Gut, sie hat dafür eine sehr schlechte Initiative. Noctur sieht auch nicht viel besser aus. Äh, wir haben zwei starke Pokémon in unserem Team. Das war's dann auch schon. Da endet's auch schon. Ich sehe tote Pokémon, Freunde. Ich sehe sehr viele tote Pokémon. Was anderes kann ich da nicht sagen. Außer ich bin wirklich gut, aber was? Ich bin richtig. Also, wenn ich nicht gut bin, dann weiß ich auch nicht. So, wir fliegen zur nächsten Arena oder zum nächsten Ort, wo wir hingehen. Wir können auch theoretisch direkt da hin. Wir können ja hier einfach durchgehen, durch diesen Weg, ne. Das kann uns ja völlig Schnuppe sein. Ähm, ich würde aber glatt behaupten, wir müssten eigentlich nach Lavendia oder... Ja, eigentlich nach Azur... Azuria, wir gehen aber nach Azuria City. Wir haben ja unsere Regi, die sehr gut ist gegen Wasser Pokémon. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Misty heute fertig machen. Das ist der Plan. Misty fertig machen. Ich mochte sie zwar schon immer. Misty war damals immer mein Lieblingscharakter. Ich war damals immer heimlich in Misty verliebt. Ja, jetzt kommt alles raus. Zero war verliebt in eine Anime-Figur. Und ich war irgendwie alt, war ich? Ach, keine Ahnung. Ich war sehr, sehr jung, als Pokémon ausgestrahlt worden ist. Und ja. Da kann man sich ruhig mal in eine Figur verlieben. Leck mich! Ihr wollt mich verarschen. Los, ihr wollt mich verarschen. Ich hab kein Wasser-Pokémon mehr. Es tut mir leid, Kai Okre. Ich hätte dich so gerne im Team gehabt. Das geht einfach nicht. Was haben wir denn hier? Ja, ich spüre einen dunklen Schatten, der über dir hängt. Verwende dies, um ihn loszuwerden. Schutzband. Ja, cool. Was bringt mir das? Das war echt gefährlich. Jetzt bist du in Sicherheit. Natürlich. Aber es ist sowas von. Meine Oma befasst sich mit dem Vertreiben böser Geister. Es tut mir leid, wenn sie dich erschreckt haben sollte. Ja, nö. Verwirrt. Verwirrt ist auf jeden Fall das richtige Wort. Gut. Wir machen Misty fertig. Was mach ich denn da? Da habt ihr gerade meine 99 Hatschuppen gesehen. 999. So. Wir haben zum Glück zwei Pokémon gegen Misty. Wir haben ja unser Satz. Zehn ja. Doch, doch. Das ist stark. Ich würde sagen, das ist stark. Äh. Arena? Arena? Ach, die war hier rechts irgendwo, ne? Ach, da ist sie. Hab sie. Alles ist gut. So, Frau Misty. Sie kriegen jetzt aufs Maul. So, ist keiner hier. Hängt die schon wieder bei Bill ab, oder was? Okay. Ich suche mir Bill. Und da hinten irgendwo, oder da oben, oder da hinten, muss irgendwo eine mysteriöse Höhle sein, falls sie überhaupt hier existiert. Ja, da ist sie. Ich bin in die Stadt gekommen, weil man mir sagte, dass es hier eine Höhle mit extrem starken Pokémon geben soll, Nanu. Mein altes Radar schlägt aus. Da steht er jetzt schon seit sechs Jahren übrigens. Das ist die Nuggetbrücke. Alles leer. Wir verbringen hier gerade einen romantischen Augenblick zu zweit. Also sei still und schlie... Was? Was soll ich schließen? Und schieße in den Wind. Achso. Was willst du von mir? Gerade jetzt, wo ich ihr Herz so richtig zum Schmelzen gebracht habe, kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Doch, doch. Keine Sorge. Oh, kämpf gegen mich. Besiege alle sechs Trainer und dich erwartet ein wunderbarer Prize. Was meinst du? Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Sicher. Du hast noch ein Pokémon? Natürlich Mirabla. 45. Und dann kommt dann Misty mit ihren 60er-Pokémon an. Ist klar. Hier, Feuerschlag ins Gesicht. Ins Gesicht! Ja. Der ist tot. Nichts kann Regi auferhalten, Freunde. Nicht mal ein HP. Ja, gestern hat sie gerade noch so überlebt. Ich bin sehr froh, dass ich wenigstens ein starkes Pokémon retten konnte. Oder zwei starke. Ich bin Numero Zwuzo. Das sag ich immer, Zwuzo. Jetzt wird es ernst. Also sie hat nicht Zwuzo gesagt, Freunde. Keine Sorge. Das sag ich immer. Jöre, was? Verena. Nimm Knuddelhof. Wenn du meinst, wenn du gerne sterben willst. Oh, was machen wir denn? Ampere-Leuchte? Wie wäre es damit? Einmal ein Ladungsschluss. Ey, ihr habt so ein scheiß langsames Pokémon. Das ist immer noch schneller als die. Dann stirbt wenigstens. Das sieht nicht gut aus. Lundelhofs haben sehr viel Leben. Nein, das hast du jetzt nicht wirklich getan. Na komm. Setzen wir Ampere-Leuchte ein. Ein. So. Übrigens, jetzt haben wir schon Nugget und Regiert, was dagegen, dass ich Ampere-Leuchte sage. Deswegen sage ich jetzt erst recht Ampere-Leuchte. So, Grand Bull. Ich habe gehört, du bist ein Normal-Pokémon. Ich habe zwar wahrscheinlich auch irgendwo Kampf in meinem Repertoire. Aber heute noch nicht. Wir müssen noch ein paar DMs rausfischen, ne? Wir müssen mit den neuen Pokémon neue DMs rausfischen. Wir brauchen ein Pokémon, das Surfer kann. Ja, ja, ja. Komm. Oh. Das ist schon schade gemacht. Wir brauchen ein Pokémon, das Surfer kann. Ich glaube aber, dass Stubilikat Surfer erlernen könnte. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe es da irgendwie so im Kopf, dass ich das mal gemacht habe. Vielleicht sollten wir es jetzt mal schnell testen. Weil wenn ich etwas im Kopf habe und ich es nicht rauslasse, werde ich wahnsinnig. Das kennt ihr wahrscheinlich. Powerpunch, Hagelsturm, Kraftreserve, Kugelsaat, Gigasauger. Ja, Erdbeben. Cool. Wieder niemand, der Erdbeben lehren kann. Schaufler kann es nur Billikat werden. Ja. Es geht. Sogar Sajjknob? Crazy. Dem hätten wir mal Schaufler beibringen sollen für, für, wie heißt der Hans-Tierre nochmal? Major Bob. Oder Mob. Wie hieß der? Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Mogelieb möchte ich definitiv behalten. Ich werde wohl Gewissheit verlieren. Hätten wir das Sajjknob beigebracht, hätte er sich jedes Mal einschaufeln können. Ja gut, dann wäre er auch paralysiert gewesen. Geil, was ich gemacht hätte. Ist ein Arsch. Schockwelle. Obwohl, ne, was soll ich für jemanden Schockwelle beibringen? Nein. Ich sagte nein. Nicht so weit. So. Fokusstoß. Bringen wir das noch einfach mal jemandem bei, ne? Oder auch nicht. Brauchen wir nochmal eine Kampfattacke? Sollten wir eine Kampfattacke brauchen, dann wird sie regiert werden. Blake, Lavido, Silberrauch, Silberhauch, sorry, nicht Rauch, Finsttaurer. Jetzt haben wir schon dreimal Finsttaurer. Da muss doch irgendwer jemand lernen können. Ja! Wuhu! Jemand kann Finst... Oh nein, das ist spezial, ne? Aber ich glaube, das war ja egal. Ja, so ganz egal war es nicht, aber... Doch. Doch. Wir haben Finste. Nein. Ich will nicht... Ich hab doch nein gesagt. Nein. Ja. Geht doch. So. Ja, da endet schon alles. Wenn jemand... Na, komm, 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 Surfer. Komm, Surfer. Bitte. Bitte. Kann doch nicht sein, dass mir jetzt wieder ein Wasser-Pogmon fehlt. Nein! Ja, glücklicherweise wird unser Team sowieso nicht lange leben. Es ist eine traurige Wahrheit. Ich mein, Misty werden wir jetzt noch locker kriegen. Tatsächlich werden wir die Gift-Arena auch noch locker kriegen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Pyro. Am Pyro-Berg. Die Feuer-Arena. Da haben wir unseren Boss gefunden, Freunde. Den werden wir zum Schluss machen, Alter. Ich werde bestimmt irgendwas haben. Irgendwas werde ich haben gegen ihn. Ich habe einen Feuerschlag gegen dich gemacht, Tangela. Was ist denn mit dir los? Hier, du kriegst halt einen Käfer-Attack ab. Ähm. Ja, mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was passieren wird. Ähm. Was war das denn für logische Sound gerade? Egal. Und mit ein bisschen Glück kommen wir doch noch durch die Feuer-Arena, auch wenn da ein paar Pokémon sterben werden. Die sind also Aquana. Aquana, willst du, ja? Dann komm mal. Komm mal her mit deinem Aquana. Ja, komm. Und wer ist mit ein bisschen Blitz für den Fisch? Aber ich hätte am liebsten im nächsten Pokémon-Spiel, was wir machen, einfach nur ein komplettes Evoli-Team. Einfach so viel Glück, dass jedes Mal so eine Evoli-Entwicklung kommt. Das wäre saugeil. Wir hätten alle Evolis. Ich meine, wir hätten wieder kein Fliegen. Was ist das denn mit einem Flug-Evoli? Wieso gibt es kein Flug-Evoli? Ich meine, das ist ja wohl nicht so schwer, so einen scheiß Flügel wachsen zu lassen, oder? Ich meine, es gibt genug Sagen und Mythen für fliegende Viechers, die irgendwie Flügel plötzlich bekommen haben. Dann gibst du dem Evoli halt einen Einhorn und einen Flügel und... Ich meine, er ist ein bisschen kleiner als so ein Einhorn. Aber hey. Er kann fliegen. Okay, Nidu King. Du gefällst mir gar nicht als Bodentyp. Ähm... Ja, ein Endrocks. Obwohl, du bist auch so ein bisschen Gift, habe ich gehört. Aber ich bin auch Gift. Stimmt. Mit deinen Erdkräften hast du nicht weit. Zum Glück habe ich gewechselt. Das Ding ist neun Level unter dir. Du kriegst ein Viertel Schaden. Ein Drittel Schaden. Am Blättersturm. Da würde er nicht mit klarkommen, Freunde. Da würde er nicht verhecken. Obwohl, er ist Gift, ne? Eigentlich ist er Gift. Aber auch Boden. Das heißt, es negiert sich. Es wird kein Volltreffer sein. Äh, kein Volltreffer, ich sage nicht. Nicht sehr effektiv sein. Weil Pflanze ist nicht sehr effektiv gegen Gift. Aber dafür gegen Boden. Das heißt, es negiert sich. Sodass es normal effektiv wird. Aber es hat gereicht. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Aber gereicht hat es. Ach, das war ein Stein. Ich wollte eigentlich nur zum Stein hoch. Einfach just for fun. Was war denn das jetzt? Ein mysteriöser Ort? Das fand ich sehr mysteriös. Ist das so eine Art Verarsche oder so? Dass sobald man die Map verlässt, da ein mysteriöser Ort steht? Ich glaube schon. What? Ich kann durch Wände gehen. Halt. Hey. Aber da kann ich nicht durchgehen. Das ist ja crazy. Gute 25. Ja, das ist die reinste Verarsche. Ich habe gedacht, ich habe irgendwas gefunden. Dann war da einfach nichts. Das war einfach nur Verarsche. Naja. Egal. Ist alles gut. Ich bin Nummer 5. Na was ist? Geht dir langsam die Puste aus? Ich bin die Letzte. Aber ich warne dich. Ich bin eine harte Nuss. Naja. Der Letzte auf der Liste ist eigentlich immer das Schlechteste. Kennen wir aus der Schule. So. Aber schade, dass wir Regi haben. Also nicht Regi, sondern von Nissen. Eigentlich hätte ich mir Sergeant Knopp gewünscht. Aber gut. Äh. Kann man irgendwas, was doppeltrifft? Oh. Wir haben etwas, was alles trifft. Von Nissen ist schneller. Ja. Gut. Ich setze gerade einen Ladungsstoß gegen die Pflanzen und Gift und hast du nicht Pokémon ein. Also der Intelligente ist das jetzt nicht. Aber Paras müsste sterben. Was hättest du denn da? Ne, die hätte ich gerne gehabt. Egal. Paras ist dafür tot. Oder auch nicht. Okay. Ihr hättet doch Feuerschlag machen sollen, ne? Irgendwo wusste ich's. Komm, triff wenigstens Duplo. Ich weiß nicht, ob ich hier gedrückt habe. Ja, er trifft Paras. Ich wusste es. Das war nicht so schwer zu erraten. 190 Erfahrungen, ey. Das Beste, was jetzt passieren könnte, ist natürlich, dass Regi einfach mal stirbt. Natürlich nicht. Das war jetzt Sarkasmus. Weil sie Sarkasmus nicht kennt. Ach, in dem Doppelkampf kann ich nicht zwischendurch wechseln? Sie füß. Oh, egal. Wechsle ich jetzt. So, und wir setzen am meisten nochmal Fliege rein. Diesmal gegen Glubella. Regi schicken wir zurück. Und werden da unser Sarkasmus rein schicken. Unser zweites starkes Pokémon. Währenddessen in die Lüfte sich erhebt. Und Sarkasmus allein lässt. Oh. Okay, der eine der pusht sich nur ein bisschen. Bei den kleinen Dingern brauchst du wirklich Wachstum. So, Blizzard. Ach, jetzt kommt ja die Fliegenaktion wieder. Er kommt runter und dann ist plötzlich da kein Pokémon mehr. Oh, jo. Wo ist das Leben? Voll davor. Nice one. Doppelkämpfe dauern immer so lange. Da ist gar kein Ziel. Welcher Wunder. So, die Frage ist jetzt, griff ich mit Blizzard auch Holissen? Mein ganzes Team ist gut gegen Flug-Pokémon, habe ich gerade so gemerkt. eigentlich Treffer und ist nicht gut. Perfekt. Dann machen wir halt einen Sondersensor gegen Paras, komm. Parasek. Falls der Blizzard sich nicht alle schon tötet. sehr schön. Ah, 55, 56, meine ich. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich habe auch verloren, was? Ja, das hast du. Du machst Witze? Nein, mache ich nicht. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wie wir gestern so lange gemacht haben wegen der Pokémon-Jagen, werden wir heute mal ein bisschen zeitiger ein bisschen zeitiger aufhören und werden uns dann morgen um Mystic kümmern. Dann Richtung... Welche Arena machen wir dann endlich? Wir gucken mal kurz auf die Karte, ne? Gucken mal, was die Karte so sagt. Also, wir haben hier noch eine Arena. Da haben wir die Stein-Arena. Da haben wir ja unsere Pflanzen-Pokémon. Da haben wir eine normale Arena. Und da unten haben wir Fuchsia in der City. Die Gift-Arena. Und hier haben wir die Zinoba-Insel mit der Gift-Arena. Nein, Feuer-Arena. Sorry. Und dann haben wir hier noch ein Stadtwerk, wo wir hin müssen. Da ist die mysteriöse Höhle. Da gehen wir auch noch rein. Da ist der Silberberg. Da gehen wir noch rein. Da gibt es noch... Ganz grobe Geheim. Psch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.